Der Pat Niko Boller geht am schnellsten! Am schnellsten 3. Sektor von allen! Das war eine sehr gute 2. Halbzeit! Im Rennen verbirgt sich ein echter Playboy. Ein richtiger Schöhnlück! Nico Müller, für alle, die zwischen dir mal DTM schauen... Hey Nico! Geiler sich! Auch er aktuell in der Armee. Wir sind definitiv einer der schnellsten. Ich würde sagen, wir gehen nicht mehr. Wir sind in der Schweiz unterstützt als Sportler RS. Genial! Ein Privileg im Macklingen Open. Was fährst du? Ich darf noch nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Im Vergleich zu 2017 wird es sicher ein Teil der alten Familie bleiben. Hoffentlich in möglichst viele verschiedene Autos mit 4 Ringen drauf dürfen. Das war auf Dreck! Es war sehr viel Spass in diesem S1. Und wer geil wird jetzt ein oder andere Rennen bekommen. Es wird immer geiler, weil ein Playboy und ein Dirty Playboy. Ein kuriger Schweizer. Verrikter Starne, kann nicht laufen heute! Verrikter Gutscheid! Was tust du nächstes Jahr machen? Ziemlich ähnlich wie das Jahr. Ziemlich ähnlich wie das Jahr. Das heisst, ein paar weitere Miaudier mit Gordi. Ich hoffe, dass ich mit dem Nürburgring fahren kann. 14 Stunden. Spar. All die Klassiker, wo man fahren kann. Das ist schon richtig. Geil! Also, wir sehen den Marcel nächsten Mal wieder in Action. Hoffen wir! Willst du mich begrüssen? Ich würde gerne meinen Vater grüssen. Hallo Vater! Peter! Genau! Ich hoffe, es ist interessant sein Privatleben. Wir weiss nicht, haben wir schon gesagt, wie es sich heisst. Wie mein weiss ist. Es ist sicher sehr spannend. Es ist sehr spannend. Immer wichtig, schöne Handbewege der Gleichmesse. Peter ist gerade am Essen. Es schmeckt aber gut. Salami? Salami? Ich habe einen Würstchen. Ich habe auch einen gegessen. Ich habe einen gegessen. Ich habe einen gegessen. Wir sind alle am Essen. Jungs und Mädels. Peter Weiss hier zusammen mit dem Stefan Lüscher. Stefan Lüscher, der das Buch seiner Zeit angefangen hat. Peter, wirklich vielen Dank, dass du das für die Schweiz oder auch für den Motorsport in der Schweiz machst. Und haben wir Sachen. Jetzt ist die Gegenwart, da weiss man alles. Man denkt, das wurde nicht. Das weiss ich. Aber ich glaube, das sind fünf Jahre. Du gehst nachschauen. Wie ist das in der ersten Saison? Und was habe ich gesagt? Nein. Du gehst auch viel vor. Ja. V.a. unser Vlog wird irgendwann vergessen. Alle sehen es. Und irgendwann wird es vergessen. Und ein Buch. Das habt ihr immer. Ein Buch habt ihr immer zuhause. Online verschwindet irgendwo. Und ein Buch haben wir zuhause. Dranbleiben. Facebook. Peter Weiss. Findet ihr ihn. Oder auch bei uns. Bei der Racing Academy. Ich bin nächstes Jahr unterwegs. Ja, geil. Und auf die nächste Saison. Wir gehen wieder. Ah, das Beile. Danke. Okay. Der Vlog ist nun zu Ende. Bis zum nächsten. Oder? Gehen wir noch ballen? Bock auf Ballen. Genau. Geil Anlass gewesen. Danke für die Einladung. Jetzt werde ich noch ein bisschen Coach von dir. Coach? Nein. Wir gehen einfach. Ballen. Bock auf Ballen. Neugier. Das war geil! Bis zum nächsten Mal.